Ciao Leute, was geht ihr euch? Willkommen zu diesem wunderbaren Video, ganz kleinen Moment, gebt mir ganz kurz einen Moment, ich muss ganz kurz meinen Greenstream, kleinen Moment Leute, ich mach kurz den Greenstream hinten runter, kleinen Moment noch, wirklich ganz kleinen Moment Leute, der Greenstream kommt jeden Moment runter, ich bin nämlich jetzt Profi-Streamer und YouTuber, wie gesagt, ich bräuchte nochmal einen ganz, ganz kleinen Moment meine Freunde und schaut mal, schon sitze ich jetzt nicht mehr über dem Video, sondern im Video, ist es nicht geil Leute, ich liebe mein Studio, es ist einfach echt Killer, wirklich, mit dabei Leute, genug geflext, ist heute saftiges Clou, was geht? Hallo! Hallo! Gnu hat mir deinerweise gerade hier ein paar Sachen geschenkt, meine Freunde, dafür gibt es auch nochmal ganz kurz ein Auto zu sehen. Ich habe dir ein Geschenk gemacht. Oh, Moppenmann! Also, hey, wie geil! Hey, wie nice ist der denn bitte? Den nehmen wir jetzt, okay. Aber du hast die Flügel nicht, oder? Oh, danke dafür Gnu, vielen, vielen Dank, wir spielen heute gemeinsam eine Runde Hide & Seek, mit der kleinen, aber feinen Ausnahme, dass wir nicht heute 100 Leute suchen, sondern 100 Leute uns suchen, und zwar auf dem kompletten, oberen Hälfte der kompletten Map. Gnu und ich werden uns gemeinsam verstecken, und ich bin mal gespannt, Thomas, guck mal! Alter! Hat damit gerade schon richtig geiles Opening gemacht, und jetzt raus aus meinem Zimmer. So, und ich würde sagen, Leute, wir fangen direkt mal an. Custom Server spielen wir heute wieder. Also, danke erstmal an die komplette Community von Gnu und die beiden, die sich hier wieder richtig viel Mühe gemacht haben, das komplette Ding vorzubereiten. Ich küsse eure Augen dafür an der Stelle, muss man einfach mal sagen, danke dafür, wirklich. Danke schön, ich bin den ganzen Tag vorbereitet. Der Tim will dich heiraten. Tim, äh, ich, ja. Ja, Tim, ich bin Trauzeuge. Das machen, gut. Alle bitte jetzt schon rausspringen, nach Lazy Links direkt fliegen, direkt am Anfang bitte raus. So, wo seid ihr denn? Alle nach Lazy Links. Alle nach Lazy Links, da fliegen, da fliegen sie alle, da fliegen sie alle, da fliegen sie alle, die Süßis. Bisschen Druck ist schon da, ne? Bei mir läuft, bei mir läuft super, Gnu. Liebe Gnulis, ihr dürft jetzt quasi schon anfangen, uns zu suchen. Wenn ihr uns gefunden habt, wie gesagt, wir töten. Kacken sind halt Kacke. Ja, das stimmt schon, ne? Okay, aber vorsichtig, dass du nicht runterfällst, ne? Oder hochfällst. Einfach hier. Bis dato noch keiner bei uns, bis dato noch keiner bei uns. Ich weiß nicht, kann man, kann man sagen, Gnu? Also kann man so, man kann ja einen großen Hinweis geben, oder? Ja, wir können es ja so machen, dass die Leute uns Fragen reinstellen, wir beantworten die, so wie ein bisschen, wer ist es? Okay, machen wir. Ist da viel Wasser, fragt einer. Nee, Wasser ist hier kein Sinn in der Nähe. Wasser, nein. Ist es eine Stadt mit Namen? Nee, würde ich jetzt nicht sagen. In der Nähe von Shifty. Sind da Autos? Nee, da sind keine Autos, oder Gnu? Nee, aber in der, da fragt einer. Der Nähe von... Nein! Nein! Oh mein Gott, ging das schnell. Er hat uns direkt gefunden. Was? Okay. Krass. Krass, Alter, was? Red Zip hat uns direkt gefunden. Red Zip, war das, oder? Ja, süß. Das ging sehr schnell, ja? Ja, das ging sehr schnell. Vorher, ich dachte, der baut weiß. Ich dachte auch, ich dachte, ich habe es gehört, Alter. Ja, gut. So, warte mal, hier so Gnu. Wir suchen uns da was, ne? Wir suchen uns da was. Oh, komm mal her, komm mal her, hier hinten ein bisschen weiter hinter dem Blauen. Okay, Gnu, ganz ehrlich, das finden die nicht. Guck mal. Siehst du, wo ich bin? Sonst ausströmen? Ihr dürft uns jetzt wieder suchen gehen, Leute. Ganz viel Spaß. Oh mein Gott, als ob. Siehst du das? Ja, ja. Liebe Gnullis, macht euch auf den Weg, sucht uns. Wie gesagt, es wird keiner umgebracht, außer Gnu und mir. Ich würde sagen, ihr dürft jetzt wieder Fragen stellen. Genau. Viel Wasser. Auch viel Wasser. Wasser ist hier gar keins, oder Gnu? Sand. Sand und Berge. Fragen schon konkrete Dinge, du, ne? Also, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es hier Sand und Berge hat, oder Gnu? Nee. Seid ihr in Dustin? Nein, da sind wir nicht, da sind wir nicht. Irgendwas mit Namen? Ja, vielleicht doch. Ja, ja. Gnu, darf ich dich küssen? Nein. Also, das sind jetzt Fragen, die stellen wir hier nicht. Seid ihr in der Nähe von Pleasant? Oh, ganz, ganz weit weg. Ja. Ganz weit weg. Seid ihr in Fortnite? Das schon, ja, ja. Ja. Seid ihr in der Nähe von Lonely Lodge? Ach, da könnte man diskutieren, oder Gnu? Da könnte man diskutieren, ne? Ich glaube, das reicht jetzt auch erst nach den Fragen. Ja, ja, ja. Ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt, ich bin mal gespannt, ob wir uns jetzt hier... Ich glaube nicht, dass sie uns hier finden, Gnu. Ich glaube wirklich nicht, dass sie uns finden. Hier wird schon unsere Richtung gebaut, also. Echt jetzt? Ja, 1995. Oh ja. Das sucht uns was mit einem Sniper. Ja, aber das findet uns ja nicht. Jetzt ist es runtergefallen. Und es läuft weiter. Ja, Mensch, das arme Ding. Das arme Ding. Ist die Stadt benannt nach einem Gewürz? Es ist nicht Salty Springs. Nein. Ist das da vorn? Was ist da? Gnu, was ist da los? Oh, jetzt stört ab. Oh, es ist weg. Ich gebe euch mal drei Anhaltspunkte. Du sagst schon viel zu viel, verdammt. Aber die finden uns ja nicht. Guck mal, soll er machen? Die laufen da alle schon rum, ich sehe die doch ja alle schon. Oh, da hat jemand. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Was passiert da hinten? Wie zu Erdmännchen. Guck mal. Guck mal. Ja. Süß. Okay. Liebe Gnudels, ich gebe euch einen heißen Tipp. Wir sind oberhalb von Dusty Divo und Retail Row. Das ist aber jetzt ein krasser Tipp. Willst du uns umbringen oder was? Das ist ein krasser Tipp. Okay, passt auf. Ich mache euch ein kleines Angebot, ja? Gnu, was hältst du davon? Ihr kommt jetzt alle mal Richtung Wailing Woods. Und mehr sage ich nicht, okay? Ich bin mal gespannt, ob ihr uns hier finden könnt. Du weißt schon, wie viele. Das sind 91 Leute. Ach, Gnu, was soll denn da schon passieren? Ich meine, das ist doch... Oh mein Gott, ich glaube nicht. Aber schnell jetzt. Oh weah. Wuselig eigentlich. Ich finde das ein bisschen beängstigend, muss ich sagen. Oh Mann, du hättest dir nicht so viele Tipps geben sollen. Ach, Gnu, das ist safe. Das ist alles safe hier. Wir haben noch 45 Sekunden, gell? Ja. Wenn ihr Zuhl uns töltet, bevor ihr uns getötet habt, haben wir gewonnen. Oh weah. Ist nicht wahr, oder? Komm schon, die Zone muss uns umbringen, die Zone muss uns umbringen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gnu, stand hier nicht mal in den Wald? Was haben die gemacht, die Verrückten? Rat uns nicht. Das ist nicht wahr, oder? Ach nee, da fährt noch einer rum. Sssst. Der will es wissen. Der will es wissen. Oh nein, Gnu, warum hast du was gesagt? Oh nein, sie kommt zurück. Gnu, warum redest du? Warum? Gnu, wieso? Nein! Das wird jetzt... Oh mein Gott, nein, nein. Oh mein Gott, oh mein Gott. Die Uhr tickt, die Uhr tickt. Oh mein Gott. Alter, das ist spannend gerade. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein, doch nicht. Oh nein, 10 Sekunden mehr ist das gewesen. Okay. Sehr gut. Sehr, sehr gut gespielt, liebe Gnolis. Leute, ich würde sagen, das lief auf jeden Fall extrem stark. Ich würde sagen, wir hängen noch alle Zonen hinten dran. So, guck mal aufs Zen. Aufs was? Äh, Watts. Ja, 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 ja. Beste. Okay, alle jetzt rausspringen, alle jetzt rausspringen bitte und nach Pleasant Park fliegen. Alle jetzt rausspringen und nach Pleasant Park. Da bin ich natürlich auch mal gespannt, ob die uns jetzt da finden werden oder nicht. Ja, da kommt jemand mit. Ja, wo denn? Richtung Paradise Palms. Ich habe jetzt irgendwie verschwunden. Gut, liebe Gnolis, ich glaube, ihr könnt jetzt schon kommen und uns sehen. Wir suchen. Ähm, ist es dein Ernst, Kollege? Hatten wir schon Leute gesehen? Ne, ne. Leute, wer schießt hier? Ich glaube auch nicht. Ah! Ah! Ungemütlich. Oh nein. Ey, du darfst dich doch nicht wehren. Ah! Ah! Kimi, du Schwein. Kimi. Inkel. Ja, da sagt er auf einmal nichts mehr, gell? Bin immer noch versteckt. Mir geht's gut. Ihr findet mich niemals. Ihr findet mich niemals. Ihr findet mich niemals. Äh, das war alles. Die Leute schreiben besser, Mann. Teil des, das war Teil des Plans, ähm. Oh weia. Oh weia. Hast du irgendwas gesagt? Ne. Also, ich habe jetzt persönlich nichts gesagt. Ja, du hast irgendwas gesagt. Ne, ich, also, irgendwie ist jetzt hier gerade eine Menge los. Ähm. Ähm. Gnu. Ja. Das ist jetzt nicht so geil, ne? Nein, du hast irgendwas gesagt. Ne, habe ich nicht. Doch. Nein. Oh. Oh. Gnu. Ja. Oh. Oh mein Gott. Oh, halt's ab. Oh mein Gott, okay. Oh, 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 oh. Gnu, gerade war schon einmal oh, oh. Das glaubst du nicht. Das war richtig oh, oh. Oh weia. Das sind ganz schön viele Leute jetzt gerade. Oh, es wird... Es wird dann nochmal oh, oh. Ne. Wenn es gleich oh, oh wird, dann habe ich ja Glück. Es ist sowas von oh, oh. Oh, oh. Ganz groß. Oh, oh. Großes oh, oh. Oh mein Gott. Nu, du glaubst nicht, wie klappt das gerade eben war. Ja, ich habe... Ah. Gespenst vor mir. Ah. Revi. Okay, jetzt haben sie dich an den Eiern. Nein, nein. Doch. Hey, Leute. Hey, ganz kurz. Nicht schießen. Nicht schießen. Hallo. Egal, dann bring mich mal kurz um. Hau mich mal tot. Schlaf mich mal tot. Das darfst du. Schlaf mich mal bitte tot. Ja, ich weiß. Schlag mich mal tot. Schlag mich mal tot. Schlag mich mal bitte tot. Hau mich bitte tot. Bitte, ich will sterben. Hau mich tot. Bringt mich um. Ich liege hier am Boden. Bringt mich um. Dankeschön. Leon, du kriegst trotzdem Bann. So. Ähm. Nein. Prank. Ähm. Jetzt müsst ihr aber noch Gnu finden, ne? Ja. Das ist das Ding. Wo ist Gnu? Er wird mich niemals finden. Wo ist Gnu, Leute? Heute haben wir den schwarzen Joker nämlich ausgespielt. Wir haben nämlich den Asi-Move gemacht. Aber stimmt ja schon, wenn die einen finden, dürfen die einen umbringen. Hast du ja gesagt. Ja, das stimmt. Eigentlich schon, ja. Mal gespannt, wer die entscheidende Frage stellt. Das ist ein bisschen salzig, oder Gnu? Was du gerade machst. Sind wir ein Team, oder willst du mich... Das ist ein wenig salzig, oder Gnu? Ich meine... Rewi. Das ist ja auch Verhalten, was hier wirklich gar nicht in Ordnung ist. Können wir die alle durchdrehen jetzt? Okay, ich gebe euch einen kleinen Hinweis. Okay, Leute, wir spielen jetzt noch eine kleine Runde. Wer ist es? Also, ich sag mal so viel. Gnu trägt blondes Haar und... Ich hasse dich. Ist männlich. Jetzt werden alle Männer überfahren. Alle blonden Männer Nosekins. Also, ich habe nicht gesagt, dass Gnu ein blonder Männer Nosekin ist. Das ist ja nun wirklich nicht. Ich erteile jetzt hier einfach mal die Abschlussfreigabe für alle blonden Männer Nosekins. Ihr dürft euch aber nicht wehren, bitte. Seid fair. Oh Gott, Gnu, da kommt das Todeswort. Da, jetzt vor dir. Vor dir. Vor dir. Da, genau da. Ja, 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 ja. Ähm, Gnu, ich... Nein. Nein. Ah, lauf! Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott. Kann ich nicht zurück? Soll ich? Okay, mach. Ich weiß. Oh Gott. Was? Was? Oh mein Gott. Ich sag ja die offensichtlichen Dinge. Nein! Ähm, also, okay. Okay, damit hat Gnu verloren. Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Komm, lass mich töten, damit wir sehen, wer mich gefunden hat. Töte mich, töte mich. Bring, 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 bring sie um. Schnell, schnell, bring sie um. Ja, los! Der Deutscher LP. Ja, moin, Leute. Das war's mit dem Video. 100 Leute suchen uns gemeinsam in Fortnite. Und Gnu, ich glaub, du wärst ganz knapp, hättest du's noch schaffen können. Ja. Schade drum, Leute. Egal, das war auf jeden Fall ein ziemlich cooles Video. Richtig fettes Dankeschön an Gnus Community. Jetzt bringen sich immer wieder alle regelmäßig um. Gegenseitig, man kennt es immer an der Stelle. Lasst einen Daumen nach oben. Da schaut auf jeden Fall bei Gnu vorbei. Danke dafür. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.